Jojojo Leute und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Warframe Wieder zusammen mit Markus, Futur, Crusher und mir Ja wir spielen heute eine Runde Spionage auf dem Mars Das heißt heute auch mal wieder ein wenig Agentenarbeit Und das ist dieser Lebensding was ich in der letzte Folge gemeint habe Die sehen jetzt auch einiges geiler aus Ja, sie sind cooler animiert Und der Crusher hat ein richtig großes Ding Schwert? Also Schwert meine ich natürlich In Grund Was denkt ihr schon wieder? Ja ja Schwert habe ich noch gesagt Schwert Ich habe schon wieder nicht geguckt was meine Mission ist Ich muss 10 im Nachkampf töten Gehen wir zu B oder? Ah, immer A zuerst Weißt du wie man das irgendwie angucken kann? Ja, aber B sind gleich der D Der D bei C ist auch der D Also wenn du Host bist kannst du Escape drücken und dann siehst du es Deswegen ist es gut, dass ich Host bin, weil da kann ich sie mal nachgucken Was zum nächsten ist oder was? Das kann nur der Host Dann guck mal nach Ja, ich kann nur weiter nachgucken Ja blöd Ne, ist gut Ich weiß meine Mission Ist sehr nützlich Ja Ist eh YOLO Kann es doch egal sein Wir dürfen nur dann nach diesem Hack keiner mehr auslösen Ihr seid schon wieder vor, vermutig mal, ne? Wenn du so blöd bist und nicht kommst Okay, hier ist das Ding Hier sammeln wir es jetzt erst mal Irgendjemand steht in der Kamera Ja, wir alle Irgendjemand wie alle Au, wird tot Ah, ich muss Energiestum gesammeln Hier mal zwei Stück brauchen noch Futter, kannst du das? Ich brauche ich noch nicht so Ich hab da braucht nächste Anwendung Ich glaub's auch So, damit wir hier stehen So, alle mal weg von der Tür Wenn die Tür aufgehen und dahinter einer ist, wer dumm Futter, bleiben wir da hin Und dann hier stehen So, oh no So So Da wird sie noch töten? Nein Hier drin bloß keine Lala Da drüben ist die Kamera, die muss zuerst weg So störe sie's Ja Ja, ich hab vergessen, dass ich keine One-Hit-Pistole mehr habe Ich hab jetzt die andere Egal, ich bin drin, denn ich bin drin Ich hack das Ding Datenabgerufe Ich hab's geschafft Also ich wollte jetzt noch festhalten, ich bin halt zwar kackt Ja, aber ich wollte auch festhalten, dass ich's gerettet habe und wir das Alarmsystem ausgeschaltet haben So Ah, das ist eine Schnellfeuerpistole, gut zu wissen Ich schieße ich auch mal die erste Schüsse mit dieser Waffe Ich hab noch ein Energie, wenn er immer noch ein Energie-Ding hat, sagt er mir Bescheid Aber die Pistole schießt sich eigentlich schön Auch wenn's ja viel weniger Schaden macht, wie bei der Alte So, ich bin wieder am Eingang, das haben wir uns hier mal wieder Da kommt er nicht raus Ich hab's genau andersrum Meine Entschuld, quasi So Dann weiter zu B Also beim ersten hat es mit dem Agenten zwar nicht ganz so gut geklappt, aber wir haben die Daten abgerufen Das ist ja schon am Anfang Damit ist die Mission offiziell schon geschafft, weil wir bei der Start-Hand-Mission nur eine Daten abrufen müssen Nur bei den Alarmierungen braucht nur alle drei Aber wir versuchen natürlich trotzdem alle drei abzurufen und am besten diesmal dann auch Stealth Das weiß ich auch, dass meine Pistole kein One-Hit macht Und man hat dann noch eine Kamera Oh yeah, ich hab ein Morthid gefunden Oh ja, ich hab' einen Morthid gefunden Oh ja, ich hab' einen Morthid gefunden Welthaus und das mag das mit seiner Kimbo klingen weil Eva kaputt machen so B Punkt ist da lang so ich brauche noch zwei Kills im Nackler noch das soll ich aber hier Sand kriegen einen und Mission geschafft schön ich will einfach voll rein rennen ja elegante Rolle durch das Schild okay hier ist wieder B Futur erwartet noch ja er hat was vor ist egal dass sie nur einfach er hat mal was vor gut verwirrt ist damit jedes Rätsel weil du bist eh zu gefährlich Bülte Achtung da läuft einer und Kamera Gegner warte warte was passiert wenn ich da jetzt rein renne dann haben wir ein Problem ich hab die Gegner gedeifet Kamera geschotet eine die haben mich entdeckt mich nö doch da sonst wäre jetzt schon alarm sonst wäre jetzt schon alarm ich bin drin bei einer vollen alarm ding ist jetzt gewascht dass er darum steht solange es sich auslöst und zack und entdeckt abgerufen so jetzt erscheint einmal die ersten satt gemacht jetzt ist er die kamera gerannt nein doch es ist auch gut nur ein unglaublich ich bin hier oben drin also da war es hier die kamera nach taggezeiten zur errichtung ich bin hier jolo wir haben es abgerufen so c-punkt scheißig geil wäre es ja eben wir haben es geschafft so c-punkt es wird nur diskutiert wenn wir es nicht geschafft haben dann dann muss es ein schuldig geben das ist Foto dann ist es eh Foto ne das ist dann wirklich so so hier ist ne hier ist lust an der doppel tür camp nein schnauze doch der camp alarm yolo oh hier ist leider dritt da war wieder zu ja da war der cam ja ja aber die war aus und war jetzt ruhig und dann hier wurden alle irgendwie davon erwischt so konzentrationen der glas nicht mit oder ist jetzt heißt es auch noch ein loch in die raumschiffhülle leute ich komme hier nicht rein ja weil das loch ist in deiner raumschiffhülle übrigens habe ich das Loch war geschlossen damit du uns nicht verweckst da draußen ist ich wollte nur gucken ob das Ding kaputt geht er geht nicht kaputt wurde noch ging kaputt ach so dass es ist ja mit dem Kack zu der Bullshit und und was nein was was nein nein was nein ich bin nochmal zurück gesprungen ich bin am am ersten ich gebe es jetzt zu ich habe es kaputt gemacht ich bin am zweiten da hat abgerufen jetzt verreckt futur verreckt an dem geschütz bitte verreckt einfach dran er hat es nicht auch schade das geschützt heute nicht weg schalte ich meine sicherheitssysteme ab alter alter so weg gehen wir halt es bleibt uns keine andere möglichkeit ja wir haben ja alle daten das hat jetzt alles geklappt auch wenn nur eins davon perfekt war die anderen war zumindest abgerufen dank der hopter bestanden ja eigentlich hätten wir schon nach dem ersten gewonnen gehabt aber du musst nur eine datei abrufen hier bei der standard mission das wäre langweilig hier ist der ausgang der gegner ja ja okay auf speed ist dann der doch gut der boah weil er ziemlich schnell schlägt da hilft ja noch gut irgendwie habe ich kein gefunden da oben oder was leo wurde und bis nichts ich war doch wohl ja ich auch ich stehe wieder so ein schönes schild hin dass uns halbiert dann diesmal schneidet sonst so ein bisschen in die hand rein aber diesmal ist es rot statt grün wer ist der letzte der schon wieder fehlt ich wacke ich hab dich gegen gegner weil ich möchte es in zehn Sekunden weg und das jetzt kommt die Zeit da er zieht sich mehr cool aus es ist gleich weg 2 1 er wird Stress er soll ja doch ein schild kann ich nicht erstellen hier muss man das 3 1 überleben ich habe wieder den schlüssel für das habe ich wohl werten die 1 habe ich befreit um überlebende 1 bergungsgut noch viel viel höhere müssen was bekommen ich habe gerade die auszeichnung bekommen bringt an 10 oder vier narkämpfer für dieses geld gar nicht weil ich den bau jetzt nämlich auf 10 bekommen hat die runde da wollen wir noch eine machen oder ja von mir aus können wir noch eine aufnehmen die alarmierung ist auf maß dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge noch mal bei einer alarmierung bis dahin würde ich sagen ich sage es auchrica dazu gleich die die bei die 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 die